Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und zwar zu einem Video der ganz besonderen Art. Heute geht es nicht um Schminke oder Parfüm oder irgendetwas, sondern heute geht es darum, dass ich ein Paket bekommen habe von einer ganz lieben Zuschauerin, nämlich von der Joyce. Die hat mir schon vor drei Monaten ein ganz ganz tolles Paket zukommen lassen und ich habe lange überlegt, ich hätte es euch jetzt gar nicht zeigen müssen, nur ich war mittlerweile und meine gesamte Familie, wir waren so begeistert und wir haben uns dann hinterher auch nochmal ganz genau uns die Produkte im Internet angeschaut, denn die Joyce hat da wie gesagt ein ganz kleines, feines, tolles Unternehmen und zwar mit Duftwachsen. Ja, was sind Duftwachse? Als sie mich fragte, ob ich gerne mal so ein Päckchen haben möchte und sie möchte mir eine Freude machen, ich brauche da eine Adresse und so, da habe ich gedacht, ach ja Duftwachse kenne ich, kenne Partylight, kennt ihr das auch? Früher war ich auf diesen Partylight Partys und dann konnte man ja diese Duftwachse da kaufen und die hatten ja auch ganz tolle, super Sachen, schöne Qualität, auch nicht ganz günstig, aber ich muss sagen, die Qualität war immer super, tolle Düfte dabei und ich liebe es ja gerade jetzt in dieser Jahreszeit, wir kommen dem Herbst nah und der Winter kommt und ich liebe es einfach meine Duftlampe anzumachen und das wusste die Joyce nicht. Die wusste nicht, dass ich zum Beispiel Duftwachse mag und dass ich vorher oder früher schon Bad Partylight gekauft habe und und und. Und dann kam die oder dann kam dieses Päckchen und als ich dann hinterher mal ins Internet gegangen bin, dann habe ich gedacht, was ist denn das? Also sowas habe ich noch nicht gesehen. Ich zeige euch erst mal das relativ Normale noch, was die liebe Joyce hat, ja. Ich fange mal an mit diesen kleinen quadratischen Würfelchen, ich nenne sie einfach mal so, ich halte sie mal für euch in die Kamera. Die kommen in so einer Kunststoffbox und die kann man dann abbrechen und die kann man aber auch noch mal teilen. Ich muss dazu sagen, ich bin im Internet fündig geworden. Ich habe natürlich mal gegoogelt und ich habe auch mal bei YouTube geschaut und habe Beautiful Fragrances eingegeben, so heißt nämlich die Firma. Und wen finde ich da? Den Christian Materne von HSE24. Und der hat sich diese Duftwachse bei der Joyce schon ganz lange bestellt, weil der ist mal irgendwann bei Facebook, glaube ich, über diese kleine Firma gestolpert und hat dann gedacht, oh, ich liebe Duftwachse, ich liebe Yankee Candle und ich liebe Party Light und was es alles gibt und hat da auch ein ganz tolles Video zugedreht. Und der ist auch sowas von hin und weg, genau wie ich, weil ich habe hinterher nur gedacht, was ist denn das? Ich mache es auch noch mal auf, ich zeige euch mal das Innenleben. Und zwar kommen die nicht einfach nur so, nein, auch diese kleinen Würfelchen hat sie noch mal ganz, ganz lieb mit diesen kleinen Glitter bestreut. Eine Blume ist oben drauf eingearbeitet und wir haben hier zum Beispiel den Duft Ginkgo Lime. Das ist ein ganz, ganz wundervoller Duft, der so ein bisschen dieses Gräsern, also ich finde, wir haben in der Familie lange alle geschnuppert und jeder hat ja was anderes gerochen. Kennt ihr das? Ihr haltet irgendwas hin, ein Parfüm und jeder meint, es riecht nach was anderem. Und ich habe dann hinterher gesagt, das sind so, also dieses Ginkgo Lime, finde ich, hat sowas ein bisschen was Frisches. Ja, Frisches, ich weiß nicht, ob es Zitrone ist, möchte ich nicht behaupten, aber es ist was Frisches. Und der Ginkgo, das ist ja auch noch mal sowas, das so ein bisschen, beim Parfüm sagt man so, hölzerne Noten oder sowas hat. Hier, was ist, ist ein ganz, ganz wunderbarer Duft. Ihr müsst mal schauen, ich halte es auch noch mal so in die Kamera, damit ihr mal seht, wie diese Firma geschrieben wird. Und genau, so sieht auch die Internetseite aus. Ich versuche euch das mal mit einzublenden, weil ich, wie gesagt, so begeistert davon bin, aus folgenden Grund. Sie macht die Sache alles, also die macht diese Sachen per Hand. Das sind ganz exklusive Handarbeitstücke, ja. Das ist nicht irgendeine große Firma, wo da die Maschinen da runter rennen und da werden auch nicht irgendwelche synthetischen Düfte verwendet, sondern die macht so ganz natürliche Düfte rein. Und es sind wirklich ganz, ganz tolle Produkte. Und sie sind auch nicht so, dass sie Kopfschmerzen verursachen. Kennt ihr das, dass Düfte manchmal Kopfschmerzen verursachen? Gut, ich hatte das bei Party Light auch nicht und bei diesen hier natürlich auch nicht. Ich sage immer, wenn man hochwertige Sachen kauft, dann hat man es nicht. Hier habe ich zum Beispiel Caribbean Escape. Das ist auch etwas, wo man auch wieder sieht, wieder ganz, ganz lieb diese Würfelchen und nicht nur reingegossen, sondern auch wieder mit diesem, ich sage mal dazu, Feenstaub bepudert. Und ich halte es auch nochmal von vorne in die Kamera. Und von der Seite kann man auch wieder sehen, dass es sich um diese Würfel handelt. Ja, und dann möchte ich euch mal diese kleinen Becher hier vorstellen. Ich halte sie eben mal in die Kamera. Das sind so diese typischen kleinen Cent-Shots. Das sind wirklich so Sachen, die kosten auch erstmal nicht viel Geld. Damit kann man mal die ganzen Produkte auch testen und einfach mal sagen, ich gucke mal, was kosten die. Ich sage euch gleich, man kann auch mit diesen kleinen Döschen mindestens in vier Teile teilen. Also ich würde auf gar keinen Fall so einen ganzen Becher in so eine Duftlampe geben, sondern ich würde ihn wirklich aufteilen in vier Stücke. Das reicht allemal, weil die Düfte sind sowas von konzentriert und intensiv schön. Also nicht überladen. Ich sage jetzt nicht, dass sie so intensiv sind, dass ihr sagt, es überschlägt euch. Nein, aber die sind gut konzentriert. Das heißt, man hat wirklich einen schönen Duft, einen langanhaltenden Duft im Raum. Und gerade bei diesen Clean Cotton hier, das sind ja so Raumluftreiniger, sage ich immer. Das sind so Sachen, wenn man die anmacht, dann hat man hinterher auch im Winter das Gefühl, also wie gesagt, gerade bei der Jahreszeit, dass die Räume dann wieder schön duften und alles. Ja, und wie gesagt, ich muss noch mal gucken. Ich komme hier, ich weiß gar nicht, was ich euch zuerst und zuletzt zeigen soll. Ich weiß auch nicht. Und dann haben wir hier zum Beispiel geröstete Coffee, geröstete Coffee-Bohnen. Ich zeige es auch nochmal in die Kamera. Und da war ich auch ganz gespannt und habe gedacht, das machst du jetzt mal auf. Und als ich das dann aufgemacht habe, da habe ich gedacht, boah, was ist denn das? Also wirklich, wenn ihr da eine Nase, also wenn ihr eure Nase da reinsteckt, dann habt ihr das Gefühl, das riecht richtig nach lecker Kaffee. Ich bin ja kein Kaffeetrinker, ihr wisst das. Aber ich gehe gerne mal mit meinem Mann ins Kaffee und trinke einen Milchkaffee oder mal eine Latte Macchiato. Und ich habe auch schon mal eine Tasse Kaffee getrunken. Ich bin halt Teetrinker, natürlich. Aber trotzdem habe ich schon immer diesen Duft von frisch geröstetem oder gemahlenen Kaffee geliebt. Kennt ihr das? Wenn meine Mutter nach Hause kam und hatte früher so ein Päckchen Kaffee in der Tasche und die ganze Tasche und die ganze Küche roch nach Kaffee. Den Duft mag ich. Ich mag ihn halt nur nicht so gerne trinken. Und das hier, das riecht original nach Kaffee. Nach ganz frischem Kaffee oder so riechen manchmal auch, wenn ihr eine gute Kaffee-Schokolade habt, wo das so richtig mit Kaffee drin ist. Das riecht super lecker. Also mich erinnert es eher noch an so eine richtig schöne, an so einen Milchkaffee oder an so eine Kaffee-Schokolade. Also es sind Düfte. Das kann man sich nicht vorstellen. Ich war so hin und weg und ich habe es wirklich meiner ganzen Family irgendwann gezeigt, weil wir alle, ich habe gedacht, das müssen die alle mal sehen. Ich sage, habt ihr schon mal solche, habt ihr schon mal solche Wachse gesehen und gekauft? Ich zeige euch gleich den Riss. Ähm, da kommt, also Party Light nicht mit. Also meiner Meinung nach ist das, ich bin viele Jahre da gewesen, aber diese hier, die haben mich jetzt echt begeistert. Dann haben wir Pinacolada. Das sind so ein bisschen die größeren Döschen. Also die kann man wahrscheinlich nochmal, nicht nur in vier Teile, ich würde die dann vielleicht sogar nochmal in der Mitte einmal teilen. Und es riecht auch alles original nach Pinacolada. So, schaut mal, was sie da reingetan hat. Auch da kommt noch ganz liebevoll dieser kleine Stein zum Vorschein. Also ich finde das ja so niedlich. Klar, den kann man jetzt nicht mit reintun, aber ich finde das, auch die Verpackung, ich finde das gehört doch dazu. Wenn das dann noch so schön verpackt ist und so liebevoll. Was haben wir denn hier noch für Düfte? Och, ich muss eben mal gucken. Ähm, Sex on the Beach. Na, klasse. Wie das natürlich riecht, weiß ich nicht. Auf alle Fälle riecht es gut. Mh, das riecht ganz fruchtig. Das ist so ein Duft wie, ach, so ein beeriger Duft. Da möchte ich mal sagen, das ist so was Frisches, aber dennoch so ein beeriger Duft. Also sowas nach Früchten. Wie so ein Fruchtcocktail, möchte ich jetzt mal sagen. Danach riecht es für mich. Wie gesagt, wir waren auch unterschiedlicher Meinung innerhalb der Familie. Jeder riecht ja irgendwie was anderes. Keine Ahnung. Dann habe ich hier Lemon, Lemon Kurt. Also, volle Lotte. Also Lemon, Zitrone. Also wirklich Lemon. Es riecht so richtig schön nach Zitrone. Auch da sind wieder so kleine Steinchen mit drauf. Och, ich finde das so niedlich. Also wirklich Joyce, die macht das mit ihrer Familie. Ich habe hinterher gedacht, wie macht die das bloß? Mittlerweile ist die Firma aber auch schon so groß geworden, innerhalb von dem letzten halben Jahr alleine. Sie sagt, also sie weiß ich vor lauter Arbeit schon nicht mehr zu retten. Ich habe ihr dann hinterher nochmal geschrieben. Also wir waren nochmal in Kontakt, weil ich fand es einfach total süß und habe gedacht, ja. Okay. So, dann zeige ich euch nochmal die anderen Sachen. Jetzt kommen die Specials. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Das ist ein Muffin. Das ist ein Muffin. Und dieser Muffin sieht nicht nur schön aus, da weiß ich noch gar nicht. Das ist Mango Sorbet. Und wenn man da dran schnuppert, dann ist das wirklich ein Mango Sorbet. Ich traue mich, das überhaupt nicht anzuschneiden. Ich habe schon zu meiner Familie gesagt, wer schneidet denn diese Kunstwerke an? Vor allen Dingen, ihr müsst mal im Internet schauen. Die hat ja noch Kunstwerke, die sehen aus wie kleine Erdbeertörtchen, wie Rhabarberkuchen. Aber original. Man denkt wirklich, man hat ein Stück Kuchen vor sich. Und da ich dachte, das mag man doch gar nicht anschneiden. Ich habe immer gedacht, Joyce, wer schneidet denn sowas an? Oder auch das hier. Das muss ich euch auch zeigen. Also das hier finde ich auch so herzallerliebst. Ein Stück Kuchen. Und hier oben steckt so, oder ich nehme mal an, dass das Kuchen ist. Hier oben steckt noch so eine Waffel mit drin. Und unten das kleine Herzchen. Und dann könnt ihr das mal von der Seite sehen. Also ich finde das der Hammer. Also da kann man wirklich, ich weiß gar nicht, wie oft sich ein Stück rausschneiden. Das hält ewig. Ich gucke gerade mal, was steht denn hier drauf? Pink Sherry? Und Toasted Marshmallows. Okay. Mein Sohn sagte auch, es riecht nach Kirsche. Wirklich lecker Kirsche. Und so ein bisschen im Hintergrund sowas. Ja, Marshmallow hat ja so ein bisschen was Sanftes. Ich sage jetzt nicht Vanilliges. Aber so ein Marshmallow, der hat ja so einen zarten Duft. Ja. Und das kommt hier also auch bei raus. Es ist also immer alles auch einzeln verpackt. Ich zeige euch mal Rhabarber, Vanillesahne. Kam auch in diesem Tütchen. Da sind vier Stück drin. Ich zeige es hier euch gleich mal ausgepackt. Ich wollte euch nur noch mal kurz das in die Kamera halten. Und dann sieht das hier so aus. So kommt es. In zwei Schichten gegossen. Das heißt Rhabarber, Vanillesahne. Und es ist wirklich so. Es ist... Ich muss mal ganz kurz in die Kamera halten. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Und jedenfalls, ich finde das so süß. Und es riecht wirklich so. Es riecht richtig nach Rhabarber. Man hat also im Vordergrund den Geruch vom Rhabarber. Und dann so immer diesen Nebenduft. Als wenn man so... Meine Mutter hat früher mal Rhabarberpudding mit Vanille... Ähm... Rhabarber... Nein, Rhabarberkompott mit Vanillepudding oben drauf gemacht. Kennt ihr das? Und so riecht das. Ich finde, das riecht wie der Rhabarberpudding von meiner Mutter mit Vanillepudding unten drauf. Wirklich ganz, ganz lecker. So habt ihr die immer in den Tütchen drinnen. Hier haben wir Blue Hawaiian. Ähm... Diese hier auch nochmal. Ich hole die auch raus. Wie so ein kleines Blütenbouquet immer gegossen. Ähm... Dies Blue Hawaii. Und das ist so ein frischer Duft. Da waren wir uns nicht einig. Der eine sagte, da wäre ein bisschen Kokos mit dabei. Der nächste sagte, ja, aber da ist auch irgendwas, ähm... So wie Meeresbrise und, ähm... Ja... Also nicht frisch zitrisch, sondern so Sachen... Ja, ich weiß es auch nicht. Wir haben uns hinterher also irgendwie alle nicht mehr einigen können, wonach es riecht. Weil man hat auch irgendwann so die Nase dicht mit den ganzen Düften. Wir wussten schon gar nicht mehr, wonach was riecht. Dann haben wir zum Beispiel noch dieses Tütchen. Das zeige ich euch auch nochmal. Und das ist ja die Lady Darf. Und da muss ich sagen, das riecht so ein bisschen nach, ähm... Der eine sagte Weichspüler. Der nächste hat gesagt, also wie was Frisches. Auch so manchmal, wenn man so... Ja, man hat ja heute auch Weichspüler, die alle so gut riechen. Da weiß man hinterher gar nicht. Ja, Weichspüler war früher so ein Ausdruck. Naja, das roch dann nur nach einer Sache, ne? Man gab ja nur eine Firma früher. Und dann... Aber das hier, das ist so ein ganz, ganz, ähm, schöner, äh... Ich will nicht sagen seifiger, aber so ein Geruch, wo man sagt, wenn man den anmacht, also in diese Kerzen, ähm, Duftlampen reingibt, dann hat man so einen schönen, frischen Duft im Raum, der so einen daran erinnert, als hätte man auch so seine Wäsche aufgehängt und hätte so einen wunder, wunderbaren Weichspüler genommen, der nach was ganz Tollem riecht. Aber ihr könnt euch das aussuchen. Die hat die tollsten Sachen. Also sie hat nicht nur, was ich jetzt hier habe. Sie hat ja zum Beispiel, ähm, bei den Sendshots, das sind ja diese kleinen Becher hier. Da hat sie Slush Ice, sie hat Lemonade, sie hat Smoothie, sie hat Ice Cream. Ähm, bei diesen, äh, anderen Sachen, Moment, ich schaue mal eben, ich habe es mir aufgeschrieben, diese Clumshells hier, diese, diese Wirrwürfelchen, da gibt es ja Duftrichtungen wie fruchtige Duftrichtungen. Da könnt ihr aufmachen und findet verschiedene Früchte. Dann hat sie Spa. Wenn ihr da aufmacht, habt ihr verschiedene Spa-Düfte. Dann hat sie Food und immer alles nochmal unterteilt, ne? Also dieses Food, also wie der Kaffee wahrscheinlich. Kaffee zählt ja zu den Sachen Food, ne? Oder Coffee-Tee. Ne, es gibt auch nochmal Coffee-Tee, die Sparte. Dann gibt es, ähm, blumige Sachen, ähm, Getränke oder holziges oder natürliche Düfte. Und das ist alles nochmal unterteilt, ja? Und hier haben wir auch nochmal diese kleine Kerze. Sieht aus wie so eine kleine Motivkerze. Die muss ich eben nochmal rausholen. Und wie gesagt, die muss man natürlich alle kaputt schneiden. Ich bin auch schon immer, so ich immer denke, um Gottes willen, wie willst du die denn kaputt schneiden? Welchen Duft haben wir hier? Ähm, Banane-Smoothie. Da waren wir uns zumindest alle einig, dass es den Duft von Banane hat. Und es könnte sein, dass es ein Bananen-Smoothie ist. Auf alle Fälle steht der Duft der Banane im Vordergrund. Und, ähm, ja, es gibt ganz viele Früchte, ob ihr da nun Sachen nehmt, die nach Erdbeer riechen, nach Kirschen, nach Banane, nach Mangos. Es ist alles dabei. Aber ganz toll sollen auch noch die Düfte sein. Da müsst ihr auch nochmal mal den Christian Materne raufgehen. Gibt mal bei YouTube Christian Materne ein. Christian Materne. Ich werde einfach mal seinen Kanal bei mir unten in die Infobox mit reinsetzen, den Link. Damit er den auch findet, weil nicht alle wissen ja, wie der geschrieben wird. Und der hat auch ein Video dazu gemacht. Und der konnte die Düfte noch viel, viel besser beschreiben wie ich. Also da muss ich echt sagen, da bin ich diesmal nicht so gut. Also mir waren alle so unsicher. Jeder sagte hinterher noch was anderes, wonach es riecht. Und ich weiß nur, dass die Sachen toll riechen, dass die eine tolle Internetseite hat, die Joyce. Dass alles unterteigelt ist, dass es Düfte da gibt, die riechen nach den teuersten Parfüms, die ihr in der Parfümerie kaufen könnt. Also der Christian Materne, der hat da was aufgedeckt. Da habe ich hinterher gedacht, boah, das ist ja Wahnsinn. Und ja, und die Seite finde ich halt schön. Ich finde ihre, also diese Internetseite, die sie hat, das ist der absolute Hammer. So liebevoll und schön gestaltet, so für uns Mädels. Ich sage das jetzt mal, man muss es gesehen haben. Ihr müsst es einfach mal aufmachen. Ihr braucht da echt nicht kaufen. Ihr müsst nicht kaufen. Und auch Duftwachse sind auch gar nicht was für jeden. Und der Nächste sagt, ich bin zufrieden, das mit dem, was ich habe. Aber Werget sagt, ich kaufe gerne mal Duftwachse und ich möchte es einfach mal testen. Och, geht mal auf die Seite und guckt euch die Seite an. Also diese Specials, die finde ich so schlimm, dass ich gesagt habe, wer zerstört denn diese Kunstwerke von ihr. Die hat ja, wie gesagt, diese kleinen Torten und alles, wo ich wirklich hinterher da sitze und sage, das mag ich gar nicht anschneiden. Ja, liebe Joyce, so ist das. Ich mag es gar nicht anschneiden. Also ich denke auch, ich weiß es noch nicht, ich würde die gerne nachkaufen, diese Specials. Aber ich weiß hinterher gar nicht, ob ich nicht lieber sage, ach, dann nehme ich lieber den Würfel hier. Den kann ich abbrechen. Aber ich mag diese kleinen Torten nicht zerschneiden. Aber es ist der Kracher. Und es ist auch wirklich, ich habe hinterher so gedacht, diese Specials, diese Törtchen und alles, das ist natürlich was zum Verschenken. Wenn man sowas verschenkt, ja, und sowas jemand sagt, das könnt ihr in eine Duftlampe geben. Und ihr habt einen wundervollen, schönen, natürlichen Duft. Es sind alles natürliche Düfte. Das sind keine verfälschten Düfte, die so chemisch riechen, ja. Es sind Düfte, die sind so original, so originell, dass ich gesagt habe, ich möchte es euch einfach nur mal zeigen. Das war eigentlich alles. Ich wollte euch nur mal zeigen, was ich für ein tolles Päckchen bekommen habe. Und ich werde euch trotzdem unten mal den Link reinsetzen, dass ihr einfach mal euch diese Seite anguckt. Und es ist der Klopfer. Im Übrigen hat sie gerade ein Sale. Das heißt, es gehen die ganzen Sachen vom Sommer raus, wahrscheinlich. Frühling, Sommer. Und es kommen schon die ganzen neuen Herbstartikel jetzt rein. Einiges ist schon ausverkauft, leider. Einiges ist noch nicht da. Aber da kann man ja gucken. Und die hat, also, Joyce, es tut mir leid, dass du so viel zu tun hast, aber es ist ja kein Wunder. Also allein meine Familie ist so begeistert, dass die gesagt haben, also da werde ich jetzt mal auf die Seite gehen. Das ist ja schöner wie alles andere, was ich bis jetzt gesehen habe. Und da brauche ich auch keine Party mehr. Ja, okay. Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch auch mal Spaß gemacht, was zu sehen, wie Duftkerzen, ja. Also, ich kann es euch nur empfehlen. Ich finde es total niedlich. Und ich weiß auch nicht, ich bin total überwältigt eigentlich auch von diesen ganzen Sachen. Habe ich euch eigentlich diese blaue hier gezeigt? Da ist auch so ein Steinchen drauf. Guckt euch mal das an. Auch das wieder ganz liebevoll mit Feenstaub. Hm, was ist das hier eigentlich? Aprilfrische. Okay. Ja, so riecht es auch. Das ist sowas auch so. Das sind Düfte. Damit kann man, also ich mag das zum Beispiel gerne. Ich habe schon Schiss gesagt. Ich mag das auch gerne im Winter. Ich mag es auch gerne im Winter. Nicht nur diese Winterdüfte, sondern ich mag es auch, wenn man im Winter reinkommt und es riecht einfach schön und frisch und angenehm in den Räumen. Und ich bin ja nicht so der Fan von diesem Zimt und Zimt-Tee oder wie heißen diese ganzen Winter-Teesorten. Das mag ich nicht. Bei mir muss es immer so ein bisschen fruchtig sein. Oder Kaffee finde ich auch klasse. So in der Küche mal, wenn man alle zusammen frühstückt, eine Duftkerze anmachen und dann diesen Kaffee-Duft in der Küche, bevor man Kaffee gekocht hat, finde ich der Hit. Ist echt ein Witz. Finde ich klasse. Meine liebe Joyce, ich danke dir für dieses tolle Paket. Ich bin total hin und weg und meine ganze Familie auch. Wir haben uns so gefreut. Und eins weiß ich ganz bestimmt. Also wenn die aufgebraucht sind, dann weiß ich, wo ich in Zukunft meine Kerzen kaufe. Äh, meine Duftwachse. Nicht Kerzen, meine Duftwachse kaufe. Vielen Dank. Vielen Dank auch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Denkt im Übrigen an den 4. September, nächstes Wochenende. Da habe ich die Verlosung. Ich habe im Übrigen heute eine Kette um. Ich werde ja eine Kette verlosen. Ich habe euch ja mal gesagt, ich stelle euch Schmuck vor. Also ich stelle euch meinen Schmuck vor, den ich habe. Und meine Uhren und alles. Und habe aber auch noch Schmuck zugeschickt bekommen. Und von daher ist es dann auch eine Produktplatzierung in dem Video. Aber eine Kette wird auch nochmal an euch verlost. Und auch noch Gutscheine, also 10% Rabattgutscheine könnt ihr dort einlösen. Und schaut einfach mal in das Video rein, wenn es euch Spaß macht. Oder wenn jemand sagt, ohne Kette hätte ich gern. Die könnt ihr euch im Übrigen aussuchen. Ihr müsst nicht diese hier nehmen. Es gibt ja, das gibt auf der Seite auch noch ganz viele andere Ketten. Erstmal Dankeschön nochmal und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Tschüss!